hallo hier ist martin von money monkey ist das die dachsanalyse für nun ja montag ne ach kommt jetzt bin ich ja vollkommen raus freitag den 1.7.2022 war schon gestern auf freitag jetzt wissen wir wie montag nein der monatswechsel im kopf ja der ist durch wir haben jetzt den 36 geschlossen fein gut jetzt geht es weiter mit dem judy der monatsauftakt steht an und zum monatsabschluss hat sich unser tags wirklich also er wurde abgeworfen kann man sagen ja er hat sich aber noch halten können wenn wir gucken uns das gleich auch auf tagessicht noch mal an wir fangen gleich im tag nehmen wir fangen erst mal damit an was wollten wir sehen also wir wollten sehen wir hatten darüber gesprochen und so weiter und so fort dass unser dax oben raus halt nicht so richtig rausgekommen ist ja dass das auch noch nicht so ultimativ toll aussah und er wirklich über 13 100 oder was habe ich euch gesagt hat es egal 13 70 13 100 13 21 egal was ich gesagt habe als er muss darüber er hat es ja nicht gemacht das heißt er hat kein bullisches szenario angelaufen und dann hatten wir darüber gesprochen was denn passieren würde wenn er weiter runter geht und zwar dass er unterhalb von 9 60 haben wir gesagt weiter richtung 800 er sogar richtung 7 57 27 laufen würde ich habe euch das mal vorgestellt was der dax typisch typischerweise oft macht nämlich dieses ein tief zwei tief und dann da noch mal so ein drittes tief habe euch das mit einer horizontalen linie gezeigt dass der markt eigentlich immer gerne einmal noch eine kerze drunter setzt unter das tief dann aber nichts mehr kommt und er wieder weg dreht so und jetzt kommt eigentlich die ddd witz an der ganze sache weil genau das hat er gemacht aber der hat das so gut versteckt im tag drin das ist relativ schwer zu begleiten war weil er da wirklich ganz gut rum getorn das auch noch mal mit runterziehen und mit Doppelboden dort das war wirklich schwer auszumachen und so wenn wir jetzt hier diese bewegung sehen dann sehen wir wirklich ein kerzenschuss runter und dann ging schon nicht mehr viel war hatte ich einfach nur noch rumgestochert zack gedreht und geht jetzt hier wieder in diese marke rein so und wenn der jetzt am am freitag hier auch noch nach oben arbeitet dann also sowas kriegt man schon schon immer mal einen größeren riss der tatsächlich eher hier gettlos zum ziel also wirklich nie ist auch kein spaß jetzt den gett los dann zum ziel hätte dieses dieses rumeiern hier auf diesen tiefs da gibt es andere muster die ähnlich funktionieren wir haben auch schon mal über die keile gesprochen wie keine funktionieren das ist letztendlich die gleiche mentalität dahinter umso tiefer der markt kommt umso mehr marktakteure empfinden den kurs als günstig kaufen sich aktiver kaufeln sich papier kaufen sich etfs und dann bremst unser markt darunter zu einfachen bewegung aus und feinen sind bewegungsverhalten von ich mache ein neues tief und verkaufe ab mache ein neues tief hochkauf er ab hinzu ich mache ein neues tief und fangen an mich zu stabilisieren mache ein neues tief stabilisieren mich mache ein neues tief stabilisieren mich und oft fällt an der markt in sonnen punkt ein wo viele, die dann gesagt haben oder die hier gesagt haben, naja, ich warte noch auf die eine Marke da unten oder auf den Bereich, bevor ich dann kaufe, dass die dann Torschusspanik kriegen. Ja, die stehen dann irgendwo hier bei 360, 350, stehen die da und sagen sich, fuck, die Aktie wollte ich noch kaufen, das wollte ich noch kaufen, das wollte ich noch kaufen, jetzt rennt mir der Markt weg. Und dann kommt diese Torschusspanik, das geht ja auch größeren Anlegern so, die investieren müssen, die bestimmte Investitionsquoten auch halten müssen, wenn der Markt anfängt aufzudrehen, die dann halt dafür sorgen, dass dann immer relativ viel Dynamik auch kommen kann, ähnlich wie das bei einem Keil ist. Und deswegen habe ich euch das schon mal ein bisschen gezeigt und vorgestellt. Natürlich, wir haben gestern hier rumgerührt, ich habe sie sogar ein bisschen nach unten geschoben, weil ich mir das vorstellen konnte, dass der wirklich dann durch diesen Trigger, dass er den nicht richtig nimmt und einfach nur da so durchsticht und sich dann, naja, ist jetzt egal wie es ist, ist blöd gelaufen, war auch im Tag scheiße zu greifen. Und dann mit 6,20 da am Tief, das, selbst 6,65 hätte, wäre mir eigentlich zu tief gewesen halt. Im Ergebnis hat er genau das gemacht, aber er hat sich viel Mühe gegeben, da unterm Tag die Leute ein bisschen fernzuhalten einfach, das muss man schon sagen. So, und jetzt haben wir hier die Drehung drin, also auch eine deutsche Drehung, haben eine ordentlich grüne Kerze hier stehen, die kann natürlich zum Freitag aber jetzt noch ein bisschen nach oben anzwirbeln. Sollte also der DAX zum Freitag oberhalb von, ja, jetzt hier unsere Linie, die die Kram und die Woche gerade weggemacht haben, die dicke Linie, oberhalb von 8,50 notieren, sollte oberhalb von 900 tendieren, sollte man zum Freitag weiteres Erholungspotenzial einplanen, ähnlich wie das jetzt hier letzte Woche gelaufen ist, ja, die gleiche Bewegung, ist jetzt wieder Freitag, ja, ich habe es so richtig im Kopf, Freitag ist es kein Montag, das ist Freitag, also 8,50 wäre die nächste und dann 13.000 hier der Gap Close, oberhalb von 8,50, oberhalb von 900, die 13.000 der Gap Close und ich sage mal auch so eine 13, 113, 114. Das wäre so für mich zu dem Freitag das Potenzial, was ich auf der Oberseite sehen würde, wenn die Erholung fortgeführt werden kann, wenn er über 8,50 sich halten kann. Kann er das aber nicht und gibt einfach nur wieder ab und damit meine ich nicht bloß so ein bisschen wackeligen Start, sondern wirklich über den Tag einfach nur Schwäche. Dann geht er weiter und dann geht er auch durch die 12.500 dann unten durch und geht Richtung, ja, so 3,70, 3,50, hat hier noch einen kleinen Support bei 4,50. Das wären dann die Bewegungsziele, die ich auf der Unterseite noch hätte, wenn er wirklich Schwäche sieht, aber das kann gut, kann eigentlich eine schöne Erholung ziehen halt, ne, das ist wie so ein, auch hier, ja, das ist jetzt kein Keil mehr, das kann man so nicht sagen, aber von der Psychologie dahinter ist das genau das Gleiche, das sieht man auch hier, in solchen Bewegungen ist genau das Gleiche passiert, ja, der Markt hat ein neueres Tief gemacht, die Masse hat es erstmal wieder, oder die Käufer haben es erstmal wieder gekauft, dann hat er ein neues Tief gemacht, die Käufer haben es wieder gekauft und flop, rennt er auf einmal ein bisschen nach oben durch und das ist jetzt hier ein bisschen kürzer aneinander, aber im Grunde genommen genau das Gleiche, die psychologische Wirkung dahinter ist auch gleich und man sieht auch hier, dass zugegriffen wurde und deswegen hat er durchaus eine Chance für eine Erholung, ist da, ja, man darf bloß nicht zu sich herangehen halt, also, deswegen, ich glaube, man kann es daran ganz gut festmachen, ne, 8,50 nehmen und entweder ist er drüber oder ist er nicht drüber, wenn er nur drunter ist den ganzen Tag, dann brauche ich da nicht viel mich an Longs probieren, das ist dann so, dann ist da eher Short die Mode, aber wenn der über 8,50 notiert, dann sollte ich vielleicht auch überlegen, wenn ich selber offene Shorts habe, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen Stop-Loss ranziehe und so weiter und so fort, wenn sich so ein Freitag richtig eintrennt, der kann natürlich auch ein bisschen was an Bewegung holen, das haben wir ja letzte Woche erst gesehen, ja, und wenn dann den Montag auch mal mitspielt, dann geht schon ein paar Punkte ins Land dann, ja, haben wir auch diese Woche gesehen, am Montag ist er auch erstmal ordentlich nach oben gestartet, hat dann aber schnell nachgelassen, ne, aber das ist genau das, was ich eigentlich jetzt beschrieben habe, ja, also, von daher, passt ein bisschen auf, wenn der über 8,50 rumtornt, hat, also, weiß nicht, würde mich nicht wundern, 13,1,40 so als Bewegungsziel dann, im Kurzwristigen erstmal, ähm, ja, Punkt, eigentlich ist es das, ja, haben wir lange, 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 lange dran, ähm, tja, wir gucken mal, gucken mal, wie der Freitag kommt, ich würde die 8,50, 800, 900, na, so, ja, schon 8,50 eher nehmen als Orientierung, 900 vielleicht, wenn er drüber ist, gib ihm, und der Drunter wird sich im Spiel auch einfach zurückhalten wollen, ne, der ist mir zu riskant, dass er dann einfach noch, sich dann doch noch lang rausschraubt, der Markt ist halt momentan einfach immer wieder so, dass man sich sagt, naja, jetzt könnt ihr ja aber, und blablabla, 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 ist er wieder unten halt, ne, das ist ja wirklich die letzten Tage immer wieder so, deswegen muss man es einfach hier mit erwähnen, wir müssen, man muss es auch einplanen, nicht nur erwähnen, reicht, ne, man muss auch wirklich damit kalkulieren, dass er doch wieder enttäuscht im Markt, und dann nach unten, weil er ist ja noch im aktiven Abwärtstrend, das darf man nie vergessen halt, ne, das ist und bleibt hier, ähm, jeden Tag immer wieder aufs neue Gegenstand, so lange, bis sich daran was ändert, bis er das wieder gedreht kriegt, naja, dann können wir ein bisschen mehr Optimismus auf die Waage bringen, aber, ja, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen zum Freitag, und dann hören wir uns am Sonntagabend wieder für die Morgenanalyse zum Montag, und diejenigen, die bei uns mit im Verteiler sind, im Premiumbereich, die sehen uns am Samstag, dann haben wir für zwei Stunden zum Webinar, gut, okay, also, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, und bis Sonntag, beziehungsweise Samstag, tschö.